Hauptsache dein Name. Okay, und da soll man drüber kommen? Irgendwie. Ach so, man muss in der Mitte gehen. Das ist ja was Unsichtbares drauf. Hast du übersprungen? Ach Gott, wenn man gerade nicht mehr dazu kocht. Ich muss doch nur gerade aussetzen. Ach so ein Ding. Okay, wenn man dann irgendwo die Linie hat wird. Ich weiß. Toll, jetzt komme ich nicht mal rüber. Nein! Hä? Wer greift? Meine Fresse, Alter. Mann, ich war da schon auf dem Trippel. Nein! Ich kam da gerade erstmal ohne Probleme rüber und jetzt habe ich da... Ich kriege das nicht mal hin. Das bringt dir nichts zu käufen, Alter. Und dann sprengt er nicht. Nein, zerpiss dich doch mal, du scheiß Hurensohn. Ey. Toll. Nein! Ich habe übersprungen, aber ich habe auch die Schatte nochmal zu machen. Checkpoint runtergefallen. Ach komm, ey. Warum ist denn hier kein Checkpoint? Warum ist denn hier kein Checkpoint? Die ist mal nett. Die ist mal nett. Ach du Scheiße. Okay. Was? Ja, klar. Wie soll das gehen? Ja, klar. Wie soll das gehen? Der Spawn ist nicht gern runtergeschubst. Nein! Das war halt der erste gute Sprung. Bitte warte auf mich. Nein! Der erste ist mittlerweile nicht schlecht. Nein! Der erste ist mittlerweile nicht schlecht. Der ist nicht so klein. Wie soll das gehen? Ach. Kann die mal bitte zurückkommen und mir helfen? Ist die gequittet? Die fährt sich da draußen aus der Tourenraum. Oh, ich hab's gemacht. Komm! Das war's! Oh Gott. Ja klar. Alter Schwede. Okay, ich muss komplett gerad bleiben. Wenn ich mal Frontate ausbauen würde. Oh Mann. Oh Mann. Das jetzt mache. Kann ich den nicht sagen. Wieso soll ich denn da drüber kommen? Ja, ist klar, Alter. Ja. Das ist doch niemals möglich. Ich... Ich habe Piano, wie ich da drüber auskommen sage. Geht nicht. Warte mal, ich bin gleich. Ich bin gleich.